Es ist schon beeindruckend, das Gebäude. Moment, scheiße leer zu sein, ich habe nichts gehört drinnen. Trotzdem redet man natürlich leise, weil man weiß, wer da alles so rum hängt. Ja, wollen wir mal ein bisschen schauen hier. So, hier ist so der Eingangsbereich. Und alle Wäge führen ins Dunkel, selbst der ist nur das erste Stück hell. Darüber zu führen macht keinen Sinn, das haben wir ja schon gemerkt. Also werde ich mal weiter gehen. Ja, wie man sieht, wunderschönen Innenhof gibt es auch noch. Ja, aber das sieht jetzt auf den ersten Blick leider schlimmer aus. Natürlich sind hier viele Fenster kaputt. Diesmal ist der Innenhof immer ein trocken. Hier geht auch wieder ein Gang weiter. Und wie man sieht immer ins Dunkel, so wie hier. Jetzt schauen wir weiter. Hier sehen wir ein Treppenhaus. Jetzt können wir mal hoch. Stoffwechsel, ja. Ups. Jetzt hat das Handy mal auf Reise gestellt. Da kriege ich ja eine Herzattacke, wenn das hier plötzlich los bin. Man sieht. So kann man verdienen. Na gut, der Stuhl war auch schon mal besser. Ja, und jetzt. Gehen wir mal einmal rum. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ganz so sehr an Fenster laufen. Wir wollen das natürlich nicht verbrennen hier. Schöne Räume. Da drüben noch Bürogebäude. Die sind heute Gott sei Dank leer. Das ist da kann doch schon mal keiner sehen. Weiter geht's. Wie ihr seht, die Räume sind alle leer. Da ist nicht mehr so viel. Da sind die meisten Räume jedenfalls. Aber das macht es ja auch gerade aus, dass das hier so alles noch steht. Und hat sowas verboten ist. Und... Na hier. Sprayerreste. Naja, die Sprayer waren jetzt nicht so doll. Aber auch die Decke ist nicht mehr das wahre. Die Wand selber könnte auch mal wieder verputzt werden. Ja, gequietscht es, beifft es. Oh, da ist schon einmal durchgebrochen. Man hört auch immer, dass jeden Packer hinten schon. Überall Sprayer Dosen. Dabei ist hier Staun ja auch gleich so viel gesprayt. Also schon ein bisschen. Aber geht eigentlich nur weiter. Ich will heute auch gar nicht alle Stockwerke. Es geht nur nicht mehr darum zu zeigen. Sondern anhand dieses einen Stockwerks jetzt. Wie groß das hier eigentlich ist. Also hier kann man echt laufen. Also ich staune selber. Wir waren ja auch recht schnell durch. Auch andere. Dass das so schnell geht, ist eigentlich schon auch ein bisschen. Ein Stück weit erstaunlich. Hier auch noch. Aber es ist cool. Wenn man ohne Kaschini reingeht, hat man irgendwie doch mehr Ruhe noch. Es sieht ein bisschen dunkler hier. Was zugewachsen ist außen. Das Fenster hat es auch hinter sich. Hier ist erstmal ein bisschen mehr gemalt. Ein bisschen mehr. Das Graffiti. Da war man gerade. Daher kommen wir. Hierher gehen wir. Jetzt sind wir einmal rumgelaufen. Daher. Das ist schon. Da habe ich noch ein Feuerlöscher. Der ist schon zerbruch geflogen. Na ja. Randallaha. Da gibt es immer. Das sind. Da finden sich immer ein paar hohle. Hohle. Selbst die Heizung haben sich rausgeklaut. Ich fass. Na ja. Das sind ja die Metalljäger. Hm. Kannst nichts machen. Da trafeln wir mal einen Fernseher da irgendwas. Aber sieht fast so aus. Hm. Hier ist dann auch das richtige Treppenhaus. Also hier sieht es so ein bisschen großzügiger aus. Gehen wir nochmal in die Höhle. Ha. Wie man zu sehen. Das hat Glückser alleine. Was. Hallo. Aha. Irgendwo bewegt sich irgendwer. Warum bin ich jetzt nicht mehr alleine. Gucken wir, dass ich mir erschreckt. Das ist der eigentliche Pathologie-Raum. Schon cool hier. Aber warum kann doch keiner von draußen das Geräusch? Ach du lieber Gott. Scheiß Daube da oben drauf. Das ist eine Herzattacke. Mit dem Hintergrund fällt man immer so. Komm her und trinkt ein. Ja, sieht wirklich aus wie eine Bar. Cool. Zur Hölle. Hoffen wir, man kann das sehen. Die Fahrstuhl soll aber wohl besser nicht mehr nehmen. So, nochmal außen rum. Fährt heute sogar noch zweimal hier rein. Einmal jetzt mit einer Keschergruppe. Und einmal mit zwei Arbeitskolleginnen, die sowas mal sehen wollen. Naja, mal schauen. Also, man sieht. Viel ist nicht mehr da. Aber... Atmosphäre hat das Ding natürlich trotzdem. Absolut. Gut. Hier gehts runter. Hier gehts runter. Ein cooles Teil wieder. Ja, oberstes Stockwerk. Ne, nicht mal voroberstes. Früher vielleicht oberstes. ... ... Das war cool. Hier gehts runter zur Pathologie, wo schläft da hinten ja auch der Obdachlose? Ja, mal schauen. Wo ist er nicht da? Muss ich nicht haben. Hier geht es weiter. Da hinten ist noch ein Räumchen versteckt. Ich dachte, da hätte ich unser Zimmer, aber ich habe ihn nicht gesehen. Nicht so wichtig. Von oben sieht man das. Jetzt sind wir hier oben rum. Man sieht, das Ganze ist beeindruckend. Oh, das haben wir noch nicht gesehen hier. Also hier gehts runter. Das lassen wir hier. Da wollen wir nicht hin. Jetzt sind wir einmal rum. Da oben, wie man sieht, ist alles offen. Also da brauche ich jetzt nicht allzu viel zu filmen. So, jetzt da einfach. Da ist halt der Blick von oben nach unten. Statt von oben nach oben aber sonst. So, mal gucken. Welche kommen? Das ist der Eingangsbereich nämlich. Da hinten ist so der Bauzaun, durch den man schlägt. Cool. Einfach warten, bis hier derjenige kommt. Und sich neben den Feinen liegen. Ich glaube, dann haben wir einen Kascher weniger. Nein, das scheiß machen wir auch nicht. Die Tür ist so. Können wir von ausgeheißen zum Schlaf machen? Das muss ja nicht sein. Dann gehen wir runter.